einen wunderschönen guten morgen liebe freunde heute machen wir eine smoothie bowl und wie das geht seht ihr jetzt metamorphosis power hier sind unsere zutaten ja das geht hier los mit grün minzblätter mann gold rucola stangensellerie apfel erdbeere zwei bananen acht datteln ingwer chia samen die werden gleich gemahlen das wollte ich euch extra zeigen wie hier mit personal blender und philium das sind flohsamenschalen so wir starten hier gleich das ganze grün hier rein apfel das zwei bananen datteln ingwer hier flohsamenschalen beziehungsweise pia zwei leselöffel flohsamenschalen zimt für den geschmack und wasser so das ganze wird zermixt okay so ich habe noch ein bisschen wasser dazu gegeben war ein bisschen wenig wasser starten so nach zwei minuten mixen ist es fertig schaut so sieht das aus und jetzt tun wir das hier in den teller rein so ich mache zwei portionen da bleibt aber wahrscheinlich noch was über so machen wir schön voll und das ganze tun wir dann noch dekorieren so das sind unsere smoothie bowls sie sind fertig die kommen jetzt noch eine halbe stunde in den kühlschrank und dann ist das wie so ein pudding schaut mal wie schön die aussehen ja wunderbar und dann guten appetit wenn euch das video gefallen hat dann einen daumen hoch und wenn ihr mehr videos zu metamorphosis power bekommen möchtet dann bitte abonniert den kanal und nicht vergessen auch das glöckchen für aktualisierungen anzupflegen danke bis bald euer uwe grimm